ja moin seien meine frischen videos und herzlich willkommen zu einer weiteren folge gta 5 und wir fahren jetzt mal leicht angetrunken in den strip club mal gucken was da so abgeht wobei ja ich bin glaube ich jetzt schon fast wieder nüchtern von dem her ist es gar nicht mehr so dramatisch ja eigentlich müssen wir noch mal uns war ein reinsaufen aber egal wir gehen jetzt da so hin ich weiß nicht ob das einen unterschied macht ob man da jetzt besoffen ist oder nicht kommt er mit rein? oder nicht so dann lehne ich mich mal mit ihm hier rüber so was kann man denn hier noch so machen drücke r zu r um dich umzusehen irgendwie achso so ja gut na gut passiert da eigentlich nichts wildes wenn ich jetzt mit ihm hier reingehe ich glaube ich lasse ihn einfach hier und hau ab denke er wird da einfach chillen bleiben wollen keine ahnung ich wollte gerade sagen wo ist mein auto ah ne er kommt schon komm ins auto man steig ins auto wir fahren jetzt ich fahr dich nach hause mini jung alter was ist das für ein scheiß weg den er mir hier anzeigt hier durch oder was die karre so hinüber ne aber bei der durchgezechten nacht da kann das ja mal passieren okay hau rein alter hau rein oh warte mal was ist da denn achso da ist sein auto ja gut das bringt mir nix ich will wissen wo wir wie wir jetzt das die fluchtwagen scheiße starten naja egal ich wechsle dann mal zu franklin rüber der hat irgendwie noch aufgaben zumindest stehen da fünf oder sechs vielleicht können wir ja bei ihm noch irgendwas machen oder müssen wir vielleicht noch irgendwas machen damit der nächste auftrag durch geht oder weiter geht oder der richtigen assi so assi look an na egal wir lassen das so achso als fluchtfahrzeug ist ungeeignet dann klauen wir uns mal irgendeins leute wo seid ihr da unten scheint ein paar mehr autos zu fahren lauf schlampe lauf die karre war nicht so geil die karre ist auch nicht geil na egal na egal alter du warst so ein bastard ey und schönes cabrio auch nur so ein typ der nichts macht ich habe ihm das auto geklaut und er macht nichts beverly achso und die das die beiden punkte dann fahr ich da mal hin ich glaube das waren die beiden punkte wo wir hin wo wir die fluchtwagen oder den fluchtwagen deponieren können hä das hab ich doch gerade geklaut warum gehört mir das komischer scheiß dann nehme ich hier dem auch noch sein auto weg ey ist das schon wieder derselbe so der eignet sich wieder als luftfahrzeug bis zum bantley mäßig fährt sich jetzt nicht so mega geil muss ich zugeben aber egal das passt schon es hat gar nicht mal so wenig dampf es fährt sich halt nur in den kurven scheiße komm wir holen uns den hier jetzt das scheint so ein neuerer mustang zu sein oder ein kamaro der fährt sich ein bisschen sportlicher in den kurven auch wenn das natürlich auch nicht so das mega auto ist um kurven zu nehmen das ist eher so eine vollkarre ein bisschen der sound von dem teil ist aber burner der ist nice sehr sehr nice so hier sind wir an der einen stelle wie denn ok ok warte ich rufe jetzt mal die anderen an einen von den anderen ob die dann die flucht mit mir machen ach so hier darf ich es nicht platzieren ich muss ich fahr da nochmal hoch aber das ist wohl schon richtig so grundsätzlich ja kommt so festig zum beispiel könnten wir es platzieren hier ja oh leute das ist ja auch an der straße alter alter Alter, sind die dumm? Warum die sich mal abreagiert gleich? Sonst gehe ich einfach mal mit der Schrotflätte hin. Mal gucken, ob die dann immer noch so ein großes Maul haben. So, hier habe ich das Auto jetzt geparkt. Das ist jetzt Sache. Dieser Ort eignet sich für das Fluchtfahrzeug. Wähle Fluchtpunkt markieren, wenn du Michael anrufst. Ah, okay. Das ist gut. Genau so soll es sein. Fluchtpunkt markieren. Alles klar. So, dann haben wir das auch erledigt. Wir holen uns jetzt mal die Karre. So, wo sollen wir hin? Da. Ha. Irgendwie fahre ich in die falsche Richtung. Euch ist das wahrscheinlich auch schon aufgefallen. Alter, was ist das denn für eine Karre? Sie sieht ja mal richtig mega aus. Wuhu, was ist das? Ich glaube, das ist eine Karre, die man nicht so oft kriegt. Alter, die spuckt ja auch nur Flammen. Vor allem die Lackierung ist nice. Oh, too close. Too close. Mies ist tired, Ida. Mies. Hey, was's cracking? Where's he at? Right there. So, we really finna do this shit? We finna risk our lives to rob some motherfucking government killers again? Yep. Hey. Hey, hey. Okay. Let's sit up. Here's the plan. Hey, Trevor. Yeah? I want you in this position up here. Okay, you're on lookout. Give me a heads up when the armored car comes by. Okay. Yeah. I'm going to be right here in the garbage truck blocking the roadway. Franklin, you're in the alley in a tow truck. Hope is they pull right up in front of you. When they do, you come at them hard. Bam. Shit, here's hoping. Yeah, after the hit, we blast open the doors, grab up all the cash bonds, whatever it is, I take it to Hanes, guy. It's all a little hole for home. As long as I am not on the ground when the shit goes down. Okay. When the shit goes down, we'll handle it. You stay up here. On your post, I spiel. Yeah. We'll take the risk. Sound cool? Shit, you're a professional dog. And at least we're not wearing clown outfits. There's a plus. Right. The masks. What? Let's see what we got here. Huh? Die hab ich ja ausgesucht. Die Masken. Yo. Let's do this. Let's go, go, go. Yo, Leute. Wir machen an dieser Stelle dann erstmal eine kleine Pause. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr GTA V sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein. Ciao.